Hallo, ich bin Martin Hauser und Verkäufer bei der Volvo Trucks im Gebiet Thurgau. Schon bald starten wir mit dem Verkauf von unserer neuesten Fahrzeuggeneration. Willst du wissen, welche innovativen Features dich beim neuen FM erwarten? Ich stelle dir sie vor. Du erkennst den neuen FM vor allem an seinen neuen V-förmigen Scheiwerfer. Aber auch an der grösseren Windschutzscheibe, der schlankeren, senkrechten Ansäulen und an den neuen Spiegel. Was vielleicht nicht so auffällt, aber trotzdem zählt, das Fahrgestell ist jetzt noch aufbauerfreundlicher geworden. Und damit bereit für jeden Einsatz. Wenn du in den FM einsteigst, merkst du, da hat es richtig viel Platz. Das Kabinenvolumen haben wir um 1000 Liter vergrössert. Grösser wurde auch das Sichtfeld. Es hat sich um 10% vergrössert. Unterstützt von bis zu 8 Kameras behaltest du in jeder Situation die Übersicht. Dabei helfen dir zwei Bildschirme mit 9 und 12 Zoll Durchmesser. Viele Funktionen nutzt du bequem per Sprachsteuerung. Apropos bequem. Neu kann man beim FM das Lenkrad auch in der Neigung verstellen. So findest du die perfekte Sitzposition. Ausserdem haben wir für dein Fahrkomfort und deine Sicherheit mehrere Assistenzsysteme eingebaut. Zum Beispiel die intelligente Verkehrszeichenerkennung oder der Abstandsregeldepomat mit Bremsfunktion. Du siehst, mit dem neuen FM kommst du ein vielseitiges und aussergewöhnliches Fahrzeug rüber. Aussergewöhnlich bei Raum, Komfort, Sicht und Sicherheit. Also ein Fahrzeug wie für dich gemacht. Steige ein! Her Volvo!